Als das Telefon klingelte, sah ich auf dem Display die Vorwahl von Schweden und dann fing natürlich mein Herz an zu schlagen. Ich war in Sport eine totale Niete, sodass das für mich nicht besonders interessant war. Ich interessierte mich sehr für Naturwissenschaften von Beginn an. 1952 gründete ich dann eine Band. Ich finanzierte mein ganzes Studium mit Musikmachern. Ich hatte Physik studiert, aber dazu immer auch die Neigung zur Chemie behalten. Die Diplomarbeit war sehr anspruchsvoll und öffnete mir aber auf der anderen Seite den Zugang zur Forschung. Da hatte ich zum ersten Mal erkannt, dass das alles sehr Spaß machen kann und sehr viel Interesse dabei gewonnen. Und das war für mich sozusagen der Einstieg in die eigentliche wissenschaftliche Forschung. Man freut sich natürlich, wenn man für die Arbeit, die man gemacht hat, eine Anerkennung erhält. Als das Telefon klingelte, sah ich auf dem Display die Vorwahl von Schweden und dann fing natürlich mein Herz an zu schlagen. Der Sekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften war dran und sagte mir, ich habe Ihnen eine erfreuliche Mitteilung zu machen. Sie haben den Nobelpreis für Chemie erhalten. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020